Etiketten einfach gestalten und drucken mit dem Etikettenassistent online von HERMA. Im Gestaltungsbildschirm steht Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihr Etikett zu individualisieren. Über die oberen Schaltflächen können die verschiedenen Gestaltungselemente eingefügt werden. Zur Auswahl stehen Textfelder in einer Schriftart und Größe Ihrer Wahl. Verschiedene Formen mit einer Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten, Bilder von Ihrem Computer oder aus dem Online-Archiv und sogar Bar- und QR-Codes. Haben Sie alle Objekte Ihrer Wahl eingefügt, können Sie diese mit einem einfachen Klick verschieben und bearbeiten. Über die orangenen Schaltflächen können Sie das ausgewählte Element löschen, drehen und skalieren. Einstellungen zur Ausrichtung und Änderung von Objektebenen stehen Ihnen zusätzlich über das Einstellungssymbol zur Verfügung. Über die Schaltflächen in der linken Seitenleiste können Sie jederzeit einen Schritt zurück oder vorgehen. Die Ansicht vergrößern und verkleinern und zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Mithilfe des Rasters können Sie Ihre eingefügten Elemente genau ausrichten. Dieses Raster wird nicht gedruckt, sondern dient lediglich zur Orientierung. Außerdem können Sie eine beliebige Hintergrundfarbe für das Etikett auswählen. Einzelne Objekte können auch dupliziert werden. Wählen Sie hierfür das gewünschte Objekt an und klicken Sie anschließend auf Kopieren und Einfügen. Ebenfalls in der linken Seitenleiste finden Sie den Layoutassistent. Auf diese Funktion gehen wir in einem separaten Video ein. In der Seitenansicht werden Ihnen die Druckbereiche Ihres Etikettenbogens angezeigt. Hier können Sie wahlweise Ihr Etikettenlayout auf alle Etiketten Ihres Bogens übernehmen oder alternativ jedes weitere Etikett individuell gestalten. Über die Schaltfläche Drucken wird Ihnen abschließend eine Druckvorschau Ihres Dokuments angezeigt. Dieses Dokument kann nun auf Ihrem Computer als PDF gespeichert und anschließend gedruckt werden. Alle Funktionen und Tipps können Sie übrigens jederzeit im Hilfebereich nochmal nachlesen. Der HERMA Etikettenassistent online. Gestalten und Drucken einfach gemacht.